Die ganze WM an sich, die ganze zwei Wochen ist für mich der schönste Moment, das war so einmalig. Das war die Eröffnung. In dem Augenblick, wo man gewusst hat, so jetzt geht es los, das ist ein super Augenblick. Super Stimmung, super Wetter, echt Top-Event. Ich glaube schon, dass die Abfahrt für mich natürlich der absolute Höhepunkt war, so herauszukommen, es geplant hat. Aus jeder Perspektive ist aufgegangen, von der Organisation über die Athleten, es wäre falsch, das auf einen Moment zu reduzieren. Ich glaube, am Schluss sind es die ganze zwei Wochen, die einmalig werden. Das schöne Wetter, die perfekte Organisation, viel mehr hat man nicht erwarten können, aber es war wirklich die Perfektion. Die Raison, all die Shows, die die Leute und die Mädchen bringen, das ist die beste Sache, die man in den World Championships bekommt. Super Stimmung, einfach ein Skifest, so wie man sich einen Skifan wünschen kann, das ist für mich das Highlight. Es ist so viel Spaß, wenn es so ist, dass man nicht wirklich klären kann. Irgendwie eine Mischung aus älteren Damen und Hip-Hop-Fans und gute Stimmung. Ja, die super Stimmung, das super Wetter, es war wirklich herrlich, hier hat Spass gemacht. Ein ganz grosser Highlight ist für mich eigentlich die Stimmung, die jeden Tag hier geherrscht hat mit dem Publikum, die, egal woher die Pfarrerinnen und Pfarrer kamen, einfach nettisch applaudiert haben. Die Sportbegeisterung, die am ersten Tag schon in diesem Zielraum, ich glaube die ganze Schweiz und den ganzen Alpenraum, euphorisiert hat. Es ging gut, also es war gut, mit guten, fairen Konditionen für die Athleten, und das ist ein wichtiges Ding. Wie Marcel seine goldene Kultur hat. Es war eine gute Erfahrung hier in St. Moritz, die Leute, die für alle, besonders uns, die nicht aus der Schweiz, das ist großartig. Ja, einfach die Stimmung der Leute, die geben sowas von alles. Ich glaube, gerade die zwei Medaillen von Wendy und Michel, also ich meine, mit dem, ich habe es gehofft, aber gerechnet, dass es gerade zwei gibt. Ja, es war wirklich schön hier sein, und das Highlight, ich habe zu sagen, das Wetter, diese Woche war unglaublich, also wirklich gute Arbeit für alle. Die Slalom Silbermedaille von Wendy Holderner, das ist sensationell. Ich habe eine sympathische WM gefunden, wo man gemerkt hat, dass sich Zengadine in St. Moritz in der Schweiz versucht, gut zu verkaufen und einen guten Eindruck zu hinterlassen, und ich glaube, das ist aber auch gelungen. Das Interview mit dir. Ich werde gleich rot. Zeig mal, wie rot du willst. Leber, wie rot du willst. Você Apparently Untertitelung des ZDF, 2020